Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link's Awakening. Heute am 5.06. um 20.19 Uhr. Am Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Es ist ein bisschen kalt geworden, muss ich sagen, ne? Hat dort ganz schön gerichtet gestern. Und ja, deswegen auch kein offenes Fenster und deswegen auch kein Wind. Jaja. Jo, wir waren letztes Mal hier beim 7. Dungeon und haben schon ein bisschen was gemacht. Ähm, einen Schatz haben wir noch im Erdgeschoss. Den möchten wir uns natürlich noch holen. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nur Rubine sind. Aber ich glaube, um da ranzukommen, müssen wir... Autsch. Erstmal in die Falle rennen, genau. Dann müssen wir erstmal wieder hoch ins zweite Obergeschoss. Obwohl wir dann bestimmt irgendwie ganz toll runterfallen können. Hau ab! Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Ich hab da extra... Ich bin gleich schon wieder tot. Auch nicht schlecht, ne? So schnell kann es gehen. Jaja, du mir auch. So, wir gehen erstmal hoch. Ich hab nicht weitergespielt, ne? Also wenn ich jetzt direkt... Ach, okay, der Ball ist immer noch da. Schade, ich hab gehofft, der ist da jetzt weg. Scheiße. Ja, okay. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit... Wo war ich denn hier im zweiten... Da unten war ich zum Beispiel noch nicht. Das Eis. Ich muss irgendwie gucken... Wie ich das hinkriege. Ich weiß noch nicht wie, aber... Es wird bestimmt den Weg geben. Ein paar Herzen wären ganz nice. Danke. Für nix. Ah, ich bin so dumm. Ja, okay. Dann bin ich jetzt halt wieder am Anfang. Mein Gott, was kostet die Welt? Welt sind da Herzen drunter? Nein. Nein. Ach, stimmt, da war ja was. Genau. Ja, Bomben sind auch okay. Gibt es schlimmer was. Boah. Boah. He. He. Ach ja. Ja. Wir ziehen doch ganz schön viel ab, die Dinger. Kann das sein? Na ja, ich glaube, das macht eigentlich keinen Unterschied, wo ich jetzt so lange gehe. Hau ab, hau ab. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Fee, Fee, Fee. Warum kriege ich keine Fee? Boah, hat gepiept. Nein. 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 Ah, Herz. Meins. Ui. Eins ist ver... Nein, die ist noch nicht verschwunden. Ich hab's noch bekommen, das Piepen hat aufgehört. Hervorragend. Ja, ne, dann düsen wir mal hier lang, würde ich sagen. Nicht zerquetschen. Oh, ab. So, darunter zu fallen bringt, glaube ich, nichts. Äh, so, das ist ja mal wieder hingeschmeiße, aber den Schatz hab ich, glaube ich, schon. So, dann müssen wir einmal springen. Äh, du, genau. Hup. Und, aliopp. Dankeschön. Wie krieg ich die Dinger kaputt? Das wäre mal interessant zu wissen. Ah, ne, macht das Sinn, macht das Sinn. Ach, komm, wisst ihr, was? Was soll's? Guck, wo da einfach mal was passiert. Warte mal. Ja, das könnte vielleicht nicht funktionieren. Und. Okay, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Äh. Komm ich von da aus irgendwie irgendwo hin, wo es mir gefallen könnte? Nein. Wobei. Ne, warte. Hm. 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 Ich müsste nur irgendwie wieder nach unten kommen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, um ehrlich zu sein. Wollen wir betätigen den einmal. Mal gucken, was passiert. Und. Ne, ich will dich nicht haben. Ich will auch nur da hoch. Mensch. Ist ja den zu viel verlangt. Hau ab. Hau ab. Was? Wieso beschmeißt du mich auf damit? Wo hab ich so viele Herzen? Wo hab ich die her? Wie hab ich die da schon wieder beklaut? Na, komm mal ab. Gott. Jawoll. Na, super. Gut, Dennis. Mann. Ich nehme auch alles mit, was ich mitnehmen kann. Kann das sein? So, warte mal. Äh. Okay. Wenn ich jetzt den hier mache, ne? Da. Guck mal. Oh mein Gott. Huuu. Mit dem Spiegelschild kannst du nun die Strahlen blocken und zurückfeuern. Ja, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Hier waren wir noch nie. Warte mal. Oh. Oh, oh, oh. Warte, 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 warte. Und. Tada. Ja, sauber. Jetzt kommen wir endlich an den letzten Schatz dran. Es wird zwar wahrscheinlich nichts bringen, weil es wie gesagt nur Rubine sind, aber. Nein, es ist ein Schlüssel. Geil. Hat sich also volle Kanne gelohnt. Perfekt. Mega. Ups. So. Hüpfe die Hüpfe. Und wieder hoch. Die Frage ist echt, was mache ich mit dem Gerät? Ich habe keine Ahnung. Ich bringe das jetzt erstmal hier in Sicherheit. Geheisen. Kann ich hier mit kaputt schmeißen? Ui. Hup. Nein. Geh weg. Hau ab. Ich will sowieso, ob da irgendwas Tolles drunter ist. Aber es sieht nicht danach aus, oder? So. Kann ich den Schlüssel benutzen, während ich euch was in der Hand habe? Jawohl. Das funktioniert sehr schön. Die Frage ist, was mache ich mit dem Ball? Aber hier unten war ich auch noch nicht, ne? Oder? Na, ich glaube nicht. Oh, das war schon. Schade. Oh Gott. Okay. Ich mag euch nicht. Entschuldigung. Äh, Schwert. Genau. So, wir nehmen jetzt mal den Pik. Wie sieht's aus? Mhm. Mhm. Nein! Ich hab beide erwischt. Scheiße. Dumm. Ja, okay. Ja, super. Toll. Mhm. Du bist echt ein Scherzkeks. Weißt du das eigentlich? Da heißt, ich muss mich vom dritten Stock fallen lassen. Und genau da landen. Äh. Hi. Ich hatte dich doch schon mal. Genau. Was treibst du hier? Du schmeißt mich wieder runter, so kleine Rade. Nein! 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 Ist ja nicht so schlimm. Ja! Wenn wir nicht immer alles vergessen würden, was hier passiert. Und es ist schon wieder piept, weil ich gleich tot bin. Oh, scheiße. Fährt gerade mal ein. Das wäre eigentlich nicht so geil, wenn, äh... Wenn die ganzen Schalter wieder umgelegt wären. Weil es ist gerade so schön. Von Schaltern her. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Weil ich hier so lang kann. Und... Geh weg! Ja, komm. Oh, Herzen. Gib mir Herzen. Ich habe aber auch echt eine Affinität zu den Spakula, ne? Kann das sein? Ja, ne? Samma! Der ist so vorausschaubar. Und ich kriege das nicht auf Kette. Unglaublich. Aber hier? Oh, ein Herz. Ja, ne, bin ich nicht hier lang. Was habe ich hier nochmal versucht? Achso, genau, der Schatz. Ich könnte eigentlich... Stimmt. Vielleicht bringt das ja was... Nein. Ja, ich... Das bringt jetzt gerade... Glaube ich gerade... Nein. Uiuiui. Hey, hey, hey. Nein. Ab. Komm. Ich treffe auf jeden Fall damit. Ist das schon mal gut? Ja. Geh down. Ich will eine Fee haben. Gib mir eine fucking Fee. Ja. Ah. Ah. Wie? Mehr nicht? Ich dachte, es gibt mir mehr als das. Enttäuschend. So. Gut. Den Schatz hätten wir also auch. Ähm. Ha. Moment. Ich geh nochmal zurück. Mhm. 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 Alter, da oben kann ich auch noch durch. Ich werd verhasilig. Okay. Also, wie krieg ich überhaupt die Säulen kaputt? Das wäre auch eine mehr als interessante Frage. Ja, ist okay. Das Eis. Ich kann jetzt hier, wenn ich Lust hätte. Aber ich komm ja nicht drüber, ist die Scheiße. Ich müsste also quasi... Ich geh mal hier jetzt einmal die Schatztruhe irgendwie spawnen lassen. Ja. So. Flupp. Und dann darf ich höchstwahrscheinlich, so tippe ich zumindest, äh, dieses Stock werd ich mir verlassen, oder? Kann das sein? Ist das so? Nein. Oder warte mal. Ha. 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 Geil. Oh. Aber ist doch nicht schlimm. Ich komm nämlich von hier aus, dann so rum, ne? Hier rum, la rum. Äh, Herz kann ich gebrauchen, ja. Hup. Dann können wir erstmal den Ball hier wieder mitnehmen, ne? Ey. Du kannst den mitnehmen, oder? Ja, ja. Nein, der liegt da hinten auf der anderen Seite. Ich werd bekloppt. Das kann nicht sein. Egal. Komm. Machen wir das später. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht muss ich mit dem Ball die Säulen zerstören. Irgendwie gegenschmeißen, oder so. Oh. Ui. Moment. Fuck, Mann. Wie mach ich das denn jetzt? Hup. Gut, okay. Dann machen wir das doch anders. Klub. Dann kommen wir hier auch einfacher durch. So. Oh, fuck. Ich muss irgendwie nach da unten kommen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nee. Das wär vielleicht noch ne Chance gewesen. Hm. 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 Aber gibt's denn wirklich ganz außenrum? Na, das wage ich fast zu bezweifeln. Könnt ihr mal gucken. Ja, super. Danke für nix. Ja, gut. Okay, 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 okay. Ähm. Wie krieg ich dich kaputt? Kutsch, kutsch, kutsch. Und so geht's nicht. Rausreißen vielleicht? Huuuui. Ne, geht auch nicht. Ah, das will ich nicht hassen. Stimmt. Aber, dann können wir den direkt nochmal machen, weil dann kommen wir da wenigstens wieder durch. Glaube ich. Hoffe ich. Hup. Und hup. Kutsch. Hup. Hm. Nein. Es war natürlich falsch. Es tut mir leid. Leid, 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 leid. Ui, ei, ei. Nicht runterfallen. Link. Kutsch. Ich mag das Geräusch. So, das heißt, ich komm halt da oben raus. Dann ist die Frage... Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Dinger kaputt kriege. Ich schätze mal, ich muss mit irgendetwas abschmeißen, ne? Höchstwahrscheinlich mit dem Ball. Ah, jetzt komm ich hier nicht mehr rein. Ha, lustig. Joa, ne? Äh. Einen Schlüssel hab ich noch. Ich hab nur leider keine Tür, wo ich den nutzen könnte. Fuck dang. Ha, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Hm. Kommen wir weiter hoch. Das führt uns weiter wieder runter. Hm. Na, das war die Scheiße. Geh mal oben lang. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Da können wir doch auch schon. Hm. Hm. Wir bringen uns einfach mal gar nichts, ne? Scheiße. Das heißt, ich muss von da oben auch runterfallen, oder wie? Oder was? Aber ich komm mir ja gar nicht nach oben. Ich fülle mich doch alles runter wieder. Ja, komm. Was weiß ich. Ja, ist mir egal. Jetzt auch. Mir ist voll egal. So, wo kommen wir denn jetzt aus? Ach, guck mal. Schön. Nein. War vielleicht doch nicht so ne gute Idee. Ach, wir kriegen das schon hin. Guck mal, kann man hier nochmal hochgehen? Wo sind wir jetzt gelandet? Ah, guck mal, warum mach ich noch gar nicht. What? What? Ähm. Ui. Okay. Shielders. Wo sind die Shielders? Hey. Nein, lass mich rutschen. No, du kleine Drecksau. Nein. Ich hab dich weggekloppt. Ah, okay. Machen wir es doch einfach nochmal, würde ich sagen. Dadadadada. Ah, komm, meine Idee. Einfach nochmal ein bisschen in die Richtung gehen, weil dann drückt er mich nur in die Wand rein. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Glaub ich. Und gleich haben wir es alle geschafft. Dankeschön. Und der kommt da unten gar nicht mehr. Klar, finde ich gut. Ja, ein bisschen kommt er noch klar. Und der schafft es, mich zu treffen. So, jetzt sind wir hier. Bis jetzt für immer weg. Ich hoffe es. Aber ich glaube mal eher nicht, oder? Achso. Warte mal. Hahaha. Tada. So geht das nämlich. Alles klar. Ja, hilft mir jetzt nur nicht. Oh. Oho. Kann ich eben jetzt mit mir hinlocken, die Spackus? Finde ich erstmal ganz nice. Aber wie komme ich... Nein, 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 das tut weh. Okay. Egal. Komm. Mann. Ist egal. Alles egal. Oh. Oh. Nein, das interessiert mich nicht, nee. Auch morgen nicht. So. Falte Tür. Da lang. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir kommen zwar schleppend, aber wir kommen voran, ne? Das ist ja, äh... Nicht unwichtig. Kein unwichtiges Detail. So, einmal die Kiste spawnen lassen. Soll ich das Herz jetzt erstmal ejar? Wir können das Ding hier wieder mitnehmen. Pff. Pff. Äh. Schmeißen wir das erstmal einmal rüber. Du bleibst da liegen, ne? Ja. Dankeschön. So. Dann lassen wir mal hier die Kiste spawnen. Ha. Düdludludludud. So, dann kommen wir jetzt nämlich wieder nach oben. Und dann einmal ihr entlang. Müssen wir uns das Spektakel wieder anschauen. Aber natürlich. Alles andere wäre auch langweilig. Weil da unten in der Ecke war ein bisschen kack, glaube ich, ne? Hau ab! Lass mich in Frieden. Ich hab dir nichts getan. So, ich bin jetzt mal ganz gut in den Trinkenschluck. Nein! Hm. Ganz ehrlich, ich konnte mich gerade nicht wehren. Haltet keine Hand frei. So. Gut. Okay. Hup! Das ist mir ja... Jetzt hängt er da schon wieder. Da unten fährt sich halt gekloppt. Das kann ich... Mach das nicht! Tu das nicht! So! Und jetzt hoff ich mal... Es ist nicht zu fassend, Alter. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Mir soll es egal sein. Okay. Ich dachte, das hätte sich wenigstens gelohnt. Oh, da kann ich eigentlich den hier machen, ne? Warum immer so kompliziert? Ja, sind wir hier eigentlich auch fertig, ne? Die Frage ist, wie kommen wir nach oben? Äh... Dich brauche ich. Ich will das Stück der Macht nicht haben. Hm. Einmal kaputt stechen an Dingen. Komm! Komm! Hacks kaputt! Versuch einfach alles. Ja, okay. Also wenn ich jetzt wirklich mit dem Ball umschmeißen muss, der Teil, ne? Dann ist das echt... Interessant. Aber irgendwie muss ich doch jetzt hier... Oder? Ich weiß es nicht. Komm ich denn da wieder raus? Sag mal. Ich kann mich ja nicht irgendwie... Ja, wir können mal die Kombi hier versuchen. Huia! Ja, das hat nicht funktioniert. Wer hätte es erwartet. So, gut. Okay, wo liegt der Ball? Äh... Ja, 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 ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich hab nichts beschlagen, da. Kein Herz! Geizige Penner. So, gut. Ähm... Ich wäre ja fast verführt. Oder warte mal, ich kann eigentlich hier oben einfach lang, ne? Dann komme ich auch schon zum Bällchen.